Hallo und herzlich willkommen zu Folge 119 des Podcasts Mutmachgespräche – Geschichten vom Leben und anderen Katastrophen. Mein Name ist Franziska Ivanov. Ich arbeite seit 14 Jahren als systemischer Coach in Regensburg und unterstütze Menschen dabei, ihren Herausforderungen mit möglichst viel Klarheit, Selbstbewusstsein und Gelassenheit zu begegnen. In diesem Podcast gibt es immer im Wechsel ein Mutmachgespräch und eine Erklärbärfolge. In den Mutmachgesprächen habe ich Gäste, die mir von verschiedenen Krisen aus ihrem Leben berichten und vor allem davon erzählen, was ihnen dabei geholfen hat, diese Krisen zu meistern und an ihnen zu wachsen. In den dazugehörigen Erklärbärfolgen suchen meine Freundin Sophie und ich dann ein, zwei Aspekte aus dem vorangegangenen Gespräch heraus, beleuchten Hintergründe und vertiefen das Thema. Diese Folge ist wieder so eine Erklärbärfolge und bezieht sich auf das Gespräch mit Carolin von letzter Woche. Carolin hatte uns von ihrer starken Eifersucht und ihrem Umgang damit erzählt. Wir greifen das Thema Eifersucht heute noch einmal auf und widmen uns den Fragen, die ihr uns netterweise vorab per Instagram geschickt habt. Habt viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Erklärbärfolge. Sophie sitzt wieder mit hier. Hallo. Heute würde ich sagen, ohne großes Vorgeplänkel. Wir haben nämlich eine fette Liste, was wir zu diesem Thema, was heute ansteht, alles machen können. Warum lachst du? Ja, weil es bestimmt lustig wird. Vermutlich. Ihr Lieben, wir beziehen uns auf das Mutmachgespräch mit der Carolin von letzter Woche und Carolin hat uns das Thema Eifersucht mitgebracht. Es gibt gar nicht so viel zum Zusammenfassen. Ich würde gerne deine Meinung hören, aber ich sollte trotzdem ganz kurz, falls ihr das Gespräch nicht gehört habt. Die Carolin ist schon ein paar Jahre mit ihrem Mann zusammen, inzwischen auch mit Kindern, eine Familie. Wenn ich mich richtig erinnere, hat sie erzählt, dass sie am Anfang gar nicht so doll eifersüchtig war und dann tauchte irgendwann eine Kollegin auf. Dazu muss man wissen, dass sie und ihr Mann im gleichen Unternehmen arbeiten, beide im Baugewerbe, das heißt beide auch immer wieder unterwegs sind auf verschiedenen Baustellen, auf Montage und so weiter. Also arbeiten zusammen und führen trotzdem immer wieder eine Fernbeziehung. Dann tauchte eine gewisse Kollegin auf und auf einmal, wie so ein explodiert, kam so ein Eifersuchtsschwall aus der Carolin raus und hat sich voll auf diese eine Frau bezogen. Das wurde massiv getriggert und dann hat sie sehr unterhaltsam, wie ich finde, erzählt, wie das so abgelaufen ist, wie sie sich reingesteigert hat, aber gleichzeitig, diese eine Stelle hat mir so viel Spaß gemacht, wo sie gesagt hat, nein, wir Frauen auf dem Baum müssen zusammenhalten. Also sie ist nicht gegen diese Frau vorgegangen, hat sich da zurückgehalten und hat auch ihrem damals noch Freund gegenüber ganz lange nichts gesagt. Dann irgendwann doch, sie hat das sehr witzig erzählt, ja und im Endeffekt hat sie so ein bisschen berichtet, was ihr geholfen hat, wie sie rausgekommen ist, sodass sie heute auf einem Level ist, dass sie mit ihrer Eifersucht ganz gut umgehen kann, weil es meistens ein in Anführungszeichen normales Maß hat und nur noch ganz selten so Ausschläge. Reicht? Ja, ich glaube schon. Es grinst. So, wie immer. Deine Einschätzung bitte. Wie ging es dir beim Hören? Was hat es ausgelöst? Ja, ich habe mich ja, muss ich ja ehrlich gestehen, ein bisschen gefreut auf die Folge. Es klingt jetzt ein bisschen shit so, aber weil das Thema Eifersucht bei mir sehr, sehr lange auch Thema war. Von daher fand ich das Gespräch sehr spannend. Und das ist jetzt nicht böse gemeint, Caro, aber mir hat so ein bisschen das, also einem Teil von mir hat so ein bisschen das Drama gefehlt. Also ich hätte am liebsten noch viel mehr Geschichten gehört von, ja und dann habe ich ja und da und da und da und da. Also du hast das wirklich sehr schön erzählt, also beziehungsweise die Caro hat das jetzt sehr schön erzählt, finde ich, wie sie da rausgekommen ist und auch schon so ein paar Tipps gegeben, was ihr halt geholfen hat. Wie gesagt, ein Teil von mir hat ein bisschen das Drama vermisst. Du hast in einer Sprachnachricht an mich gesagt, das war ein sehr aufgeräumtes Gespräch. Genau, aufgeräumt. Und was ja auch schön ist, also weil für die Caro ist es ja schön, dass es nicht mehr so emotional aufgeladen ist. Ja und vor allem, glaube ich, hätte sie es vorher nicht als Mutmachgespräch empfunden, sondern sie wollte ja wirklich zeigen, so ätzend, wie Eifersucht sein kann. Sie hat ja immer gesagt, wenn man die rote Brille auf hat und so diesen Wutball im Bauch, das ist so ätzend und das überwinden zu können, ist so toll, dass sie damit unbedingt jemand anderem Mut machen möchte. Was ich sehr gut verstehe. Und ich glaube, sie wäre vorher gar nicht gekommen. Ich musste aber lachen, weil ich wusste, dass du vorher mit den Hufen gescharrt hast. So, uh, Eifersucht. Es wird laut und dreckig. So ungefähr. Mach's dann nicht so. So, und dann weiß ich ja auch schon, dass das zu diversen Gesprächen geführt hat, mal wieder. Bei uns daheim, ja. Ja. Worauf ich ein bisschen neidisch bin, weil ich habe es hier versucht anzuleiern und mein Mann hat mich voll abschmieren lassen und bis auf ein paar blöde Sprüche kam nichts. Es war nichts, aus dem rauszukriegen. Also es war jetzt auch eher so, dass ich erzählt habe. Muss man jetzt mal dazu sagen. Ach. Okay. Also ich habe von meinen Erfahrungen erzählt. Und wenn ich erzähle, dann ist ja immer so ein bisschen, also ich kann mich ja sehr gut zurückversetzen. Dann werde ich ungefähr halb, naja, ein bisschen so emotional wie damals. Sagt sie mit geballten Fäusten. Ihr Lieben, wir haben sauviel auf dem Zettel. Ich habe es diesmal tatsächlich rechtzeitig geschafft, vorher bei Instagram zu fragen, hey Leute, was fällt euch ein zum Thema Eifersucht? Spannenderweise, damit hatte ich gar nicht gerechnet, habt ihr ganz viel rückgemeldet. Ihr hättet Interesse am Thema Eifersucht unter Geschwistern. War ich ein bisschen kalt erwischt, so huch, okay. Weil ich hätte das mit eingebunden, aber dass das so ein Thema ist, war ich überrascht. Und mal gucken, wie weit wir da heute drauf eingehen können. Aber, ihr Lieben, heute am Tag unserer Aufnahme haben wir den Tag vor unserem dritten Geburtstag. Morgen wird der Podcast ein Kindergartenkind. Drei Jahre alt. Und wir haben gedacht, wir machen dann einfach passend dazu mal wieder eine Fragen- und Antwortfolge. Deswegen, ihr Lieben, wir gucken mal, was wir heute unterkriegen. Aber wenn ihr mehr oder spezifischere Fragen habt zu diesem Eifersuchts-Geschwister-Thema, lasst uns noch ein bisschen sammeln. Schreibt uns fleißig, was genau ihr wissen möchtet. Und dann greifen wir das einfach in der Woche drauf nochmal auf. Ja, genau. So, wie gesagt, viel auf dem Zettel. Null Struktur drin. Wir müssten mal irgendwo anfangen. Wie möchtest du gerne loslegen? Na, fangen wir doch mal ganz klassisch an. Somit gibt es für Eifersucht eigentlich eine Definition? Und das war eine meiner Fragen, die ich ganz spannend fand. Sind eigentlich, gibt es einen Geschlechterunterschied? Also sind zum Beispiel Frauen häufiger eifersüchtig als Männer? Wäre das dein Tipp? Frauen, ja, wäre mein Tipp. Aber aus meiner eigenen Blase heraus. Okay. Ich spann dich ein bisschen auf die Folter und fange erst mit Definitionen an. Und ja, es gibt Definitionen, halt je nachdem, wo du nachguckst, steht eine andere. Wie immer. Ich habe mir zwei rausgesucht, wobei es schon einen gemeinsamen Nenner gibt einfach. Ich lese vor. Eifersucht ist die starke, übersteigerte Furcht, jemandes Liebe oder Zuneigung mit einem oder mehreren anderen teilen zu müssen, beziehungsweise sie an andere zu verlieren. Definition zwei. Eifersucht ist der emotionale Schmerz, wenn wir die erhoffte Anerkennung, Schrägstrich Liebe, Schrägstrich Aufmerksamkeit, nicht ausreichend erhalten, sondern diese jemand anderes bekommt. Das heißt, vor allem auch in Abgrenzung zum Neid, weil das ja immer mal so zusammengewürfelt wird, geht es bei Eifersucht immer um Dritte. Und es geht immer darum, was zu verlieren an eine dritte Partei. Und beim Neid? Beim Neid will ich was, was jemand anders hat, auch haben. Ach so, ja, stimmt. Ja, also bei Eifersucht geht es eher darum, dass ich was verliere an Zuneigung, an Aufmerksamkeit, an Anerkennung. Und beim Neid heißt es, ich will was anderes auch. Da muss aber kein Dritter beteiligt sein. Ja. Das Erste ist immer irgendwie eine Konkurrenzsituation. Da Vollständigkeit halber noch Missgunst mit in den Kopf geschmissen. Bei Missgunst, das ist quasi wie Neid. Ich will das auch und ich gönne es aber dem anderen auch gar nicht. Der, die hat das nicht verdient. Reicht als Definition? Ja. Behaltet das mal im Hinterkopf, dass es immer darum geht, Liebe, Zuneigung, Anerkennung und so zu verlieren. Das heißt, ich bin der Überzeugung, ich habe das schon. Ich habe es jetzt gerade oder ich hatte es. Ja, aber halt zu wenig. Und jetzt nimmt es mir jemand anders weg oder es besteht die Gefahr, dass ich es an jemand anderen verliere. Also ich hatte es schon von vornherein nicht in dem Maße, wie ich es gebraucht hätte. Nee. Na, zum Teil auch. Das wird klarer, wenn wir dann so nach und nach in die Beispiele kommen, ja. Und der Geschlechterunterschied. Mhm. Also du glaubst, Frauen sind eifersüchtiger als Männer? Aber vielleicht reden Frauen auch mehr drüber. Keine Ahnung. Guter Punkt. Habe ich gesucht, ich fand das tatsächlich sehr spannend und ja, es gibt Studien dazu mit dem Ergebnis. Nein, es macht überhaupt keinen Unterschied, es ist völlig geschlechtsunabhängig, es ist sehr, sehr individuell. Jetzt guck nicht so enttäuscht. Krass, witzig. Aber, geht noch weiter, es gibt durchaus einen tendenziellen Unterschied im Umgang mit den Eifersuchtsgefühlen. Ah. Ja. Dieses Gefühl, dass ich da was verlieren könnte, das ist was völlig Normales, gehört quasi auch zur biologischen Grundausstattung. Mhm. In Experimenten ist festgestellt worden, dass Babys so ungefähr ab sechs Monaten eifersüchtiges Verhalten zeigen und Tiere ja, by the way, auch. Hm. Können wir auch noch drauf kommen? Also das ist erstmal was völlig Normales, ist im Baukasten mit drin. Und dann ist aber spannend, dass halt der Umgang damit tendenziell ein anderer ist. Ich unterstreiche dieses tendenziell, weil am Ende ist es individuell. Es gibt in den Tiroler Kliniken in Innsbruck zum Beispiel eine extra Eifersuchtsprechstunde. Und die haben so über die Jahre auch wieder ihre Untersuchungen gemacht. Und die sind auch zu dem Schluss gekommen, dass Frauen tendenziell die Schuld bei sich selber suchen und anfangen, sich abzuwerten. So, ich bin nicht hübsch genug, nicht cool genug, nicht was weiß ich genug, nicht liebenswürdig genug. Und Männer suchen eher die Schuld beim anderen, bei einer anderen Partei und werden aggressiver. Hä? Das check ich nicht, weil in meinem Kopf ist Eifersucht immer das, dass ich mich dann abwerte gegenüber dieser dritten Person. Ja, du kannst aber auch sagen, ich mach's jetzt mal ganz deutlich, die blöde Schlampe flirtet dauernd mit anderen, hat ja mit mir nichts zu tun. Die ist halt doof. Aber das ist eine Form von Eifersucht. Die ist so anerkennungsgeil, dass sie jetzt hier dauernd mit anderen flirtet. Das hat ja mit mir nichts zu tun. Das ist witzig, weil das hätte ich null unter Eifersucht verbucht. Nee, es hat der gleiche Grund, dass du Angst hast, die Zuneigung an jemand anderen zu verlieren. Ja. Also wie hättest du das genannt? Denke ich gerade drauf rum. Und ihr Lieben, entschuldige die Ausdrucksweise, ne? Das war jetzt einfach, um das deutlich zu machen. Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen würde. Witzig. Ja, irgendwie finde ich jetzt gar nichts, wie ich das nennen würde. Aber ich hätte, also meine erste Assoziation zu so einem Verhalten wäre nicht Eifersucht gewesen. Also ich hätte nicht dahinter quasi Eifersucht vermutet hinter diesem Verhalten. Weil rein äußerlich oder von außen betrachtet quasi ist es ja erstmal ein Abwerten der Person, die ich ja eigentlich liebe. Ja, genau. Das sind doch aber diese klassischen Strategien. Entweder ich werte mich selber ab oder ich gehe den Umweg und werte jemand anderen ab. Ja, ich glaube, das ist echt jetzt nochmal so was Neues für mich, weil für mich Eifersucht bisher immer damit einhergegangen ist, dass ich mich abwerte. Also diese andere, dass das quasi in der anderen Form vorkommen kann, war jetzt für mich null auf dem Schirm. Ach, spannend. Wieder was gelernt. Spannend, weil ich tatsächlich relativ, ach Hund, das schneide ich jetzt nicht raus, das Hund, die hat sich wieder was Lautes zum Spielen gesucht. Weil ich relativ schnell auf dem Schirm hatte, diese, auch wieder in fetten Anführungszeichen, sogenannten Beziehungstaten. Also Gewalt gegen Partnerinnen aus einer Eifersucht heraus. Was aber eher ein Besitzdenken ist, ja. Ach so, ja. Wobei sich es trotzdem anfühlt wie Eifersucht. Spannend. Ja, und dann habe ich überlegt, dieses Besitzdenken, ne, so, die, ich bleibe mal im Klischeebeispiel, das gibt es natürlich auch andersrum, aber die Partnerin gehört mir. Hätte ich jetzt auch nicht im allerersten Punkt als Eifersucht gesehen, gehört aber schon zum Thema Eifersucht. Weil du kannst ja unterscheiden, was ist eine gesunde, normale, vielleicht sogar beziehungsfördernde Eifersucht und ab wann wird es krankhaft. Und in dem gesunden Maß geht es ja darum, jemand gehört zu mir. Nicht jemand gehört mir, nicht jemand ist in deinem Besitz, aber ich möchte zu jemandem gehören und jemand soll zu mir gehören. Ja. Und das ist jetzt kein Besitzdenken, ne? Das ist erstmal so ein Wunsch nach Nähe und Gemeinschaft, Verbindung. Ja, genau. Und wenn das dann wieder pathologisch wird, dann ist halt dieses übersteigerte Maß, dass ich nicht mehr denke, jemand gehört zu mir, sondern jemand gehört mir. Jemand ist dafür zuständig, meine Bedürfnisse zu erfüllen. Ja, das ist echt spannend. Also da ist wirklich jetzt gerade so ein Puzzleteil noch dazugekommen, weil das für mich bisher nie unter dem Begriff Eifersucht lief, sondern halt eher dann halt unter so einem Besitzdenken halt. Ja. Und das war jetzt nicht für mich in dem gleichen Topf quasi mit Eifersucht. Na, gleicher Topf ist ein ganz gutes Stichwort, weil Eifersucht an sich ja so ein riesen Gefühlscocktail ist. Ja, also Eifersucht steht ja nie für sich alleine, sondern du hast halt Eifersucht in Verbindung mit Wut, mit Verlustangst, mit Scham, mit Zweifeln, mit Angst bis hin zur Panik, mit Neid, mit Ohnmacht, mit Verbitterung, mit Einsamkeit. Also quasi mit allem, was sich ätzend anfühlt. Ich wollte gerade sagen, es ist echt, es klingt total toll. Ja, wobei es ätzend wird, wenn es groß wird. Ja, wenn du, wenn du so einen kleinen Stich hast, ist das ja durchaus, nein, lass mich umformulieren, hat das ja durchaus das Potenzial, förderlich zu sein. Wie jedes Gefühl hat auch dieses ätzende Gefühl durchaus ein Geschenk. Ich glaube, das Geschenk musst du nochmal laut aussprechen. Ja, dazu werden wir noch kommen. Gut. Ich habe so viele Sachen gleichzeitig im Kopf, was wir als nächstes alles sagen müssen. Ich werde nochmal auf die Abgrenzung eingehen. Ich habe ein Interview von einem Psychiater gelesen, der gesagt hat, in der Medizin werden so drei Sachen unterschieden. Also einmal eben die normale Beziehungsfördernde Eifersucht, wo das auch Ansporn und Chance sein kann. Was jetzt unangenehm ist, aber worunter keiner groß leidet. Dann gibt es die Steigerung, wenn es pathologisch wird, also schon krankhaft. Krankhaft heißt, dass es dann einfach schon sehr einschränkend wird, dass es die Lebensqualität darunter leidet. Und zwar sowohl die eigene, also die der eifersüchtigen Person, als auch die des Gegenübers. Sofern ich das dem mitteile, oder? Weil wenn wir jetzt das Beispiel von der Caro nehmen, die hat ja ganz lange ihrem Partner nicht wirklich was dazu gesagt, oder? Ja, ganz lange und dann aber irgendwann doch, weil die Eifersucht hört in der Regel ja nicht einfach auf. Sondern wie mit jedem Gefühl, was unterdrückt ist, es wird irgendwann ein Ventil finden. Ja. Und die dritte Steigerung ist der sogenannte Eifersuchtswahn. Also wenn du wirklich schon eine Wahnerkrankung hast, so wie Verfolgungswahn oder Größenwahn oder irgendwas. Zählt das dann auch so richtig als Erkrankung, also mit ICD-Nummer und so? Ja, ja. Also ist unter den Wahnerkrankungen, Wahnstörungen. Ein Wahn heißt immer, dass du quasi die unumstößliche Gewissheit hast, dass deine Wahrnehmung, dein Kopfkino stimmt. Dass das die Realität ist. Also wo du, ja, jedes kleinste Zeichen, jedes Wort, jedes Verhalten, jeden Blick deines Gegenübers deutest und deine Interpretation einfach für die absolute Wahrheit hältst. Und dann ist diese Form von Eifersucht natürlich krass zerstörerisch. Und es kam die Frage auch bei Instagram, gibt es denn normale gesunde Eifersucht? Ja, selbstverständlich. Ja, nach deiner Definition ja jetzt schon. Ja, ja, selbstverständlich. Wenn man diese erste Phase oder diesen ersten Teil nimmt, wo du sagst, das ist auch eventuell beziehungsfördernd. Und zwar Beziehung nicht nur im partnerschaftlichen Sinn, sondern tatsächlich jede Form von Beziehungen. Und das habt ihr ja auch schon vorweg gegriffen, indem ihr diese Geschwisterbeziehungen benannt habt. Es sind jetzt nicht die Geschwisterbeziehungen lustig. Das Lieblingshund, die hat einen quietschenden Stoffgeier sich ausgesucht, um jetzt neben der Aufnahme da mitzuspielen. Wo war ich? Andere Beziehungen. Ja, genau. Ja, also schon kleine Kinder sind eifersüchtig. Wie gesagt, in den Versuchungen fand ich total spannend, so ab sechs Monaten, wenn sich da die Bezugsperson sehr intensiv mit einem anderen Kind oder sogar einer sehr kindähnlichen Puppe beschäftigt, reagieren Babys schon eifersüchtig. Echt? So jung schon. Ja. Ich habe mir wie so oft nicht gemerkt, was da genau im Kopf passiert. Es wird auf jeden Fall wieder ein Cortisol ausgeschüttet und jetzt mindestens bei Erwachsenen steigt auch der Testosteronspiegel. Das heißt, ganz viel Stress im Körper. Ein Versuch macht den Körper oder versetzt den Körper wieder in Kampfmodus. Und das kann man ja wohl irgendwie messen. Ja. Und eben auch bei Tieren. Du kannst jetzt bei Tieren halt nicht deuten, was denken die? Denken die jetzt? Ich will aber die Zuneigung. Ja. Aber zum Beispiel eben Hundebesitzer wissen durchaus, wenn man sich mit einem anderen Hund ausführlich liebevoll beschäftigt, wird der eigene Hund nicht daneben sitzen und das unkommentiert lassen. Die meisten jedenfalls. Wie ist das bei Pferden? Da erwischst du mich jetzt. Warte. Zeigen die eifersüchtiges Verhalten? Also nicht auf den Menschen oder bezogen auf den Menschen. Untereinander schon, würde ich sagen. Da muss ich mal drüber nachdenken. Ist auch egal. Lässt sich eh nicht abschließend beweisen. Die Studien, die ich gelesen habe, da war halt einfach immer die Schlussfolgerung, die Tiere zeigen eifersüchtiges Verhalten. Ja. So, Punkt. Ist ja wurscht, braucht man gar nicht so weit ausholen. Mein Fazit ist aber am Ende, dass es definitiv eine gesunde, normale, übliche Eifersucht gibt. Und jetzt würden ja trotzdem einige Leute und nicht wenige von sich behaupten, sie sind gar nicht eifersüchtig. Heißt aber vielleicht auch nur, dass da Anlass fehlt. Weil ja nicht jeder im gleichen Maß eifersüchtig ist. Okay, dann könnte ich aber jetzt ja doch ein bisschen provokativ sagen, wenn ich in meiner Beziehung nicht eine Sekunde auch mal eifersüchtig bin, dass ich über meine Beziehung nachdenken sollte. Wie es blitzt in deinen Augen. Naja, prinzipiell ist es so, je stabiler eine Bindung ist, umso weniger eifersuchtsanfällig ist man. Also wenn ich quasi, nochmal bezogen auf die Definition, wenn ich mir sicher bin, ich bin der Liebling meiner Lieblingsperson und andere sind nicht in dem Maß Konkurrenz, dass ich quasi die Zuneigung teilen kann, ohne dass mir was weggenommen wird. Dann brauche ich jetzt auch nicht eifersüchtig sein. Ja, und dann hängt es aber noch damit zusammen, wie das eigene Selbstbild ist. Das hast du vorhin schon mal so angeknuspert. Ich kenne das von mir, wenn ich mit mir im Reinen bin, wenn es mir gut geht, wenn ich mich halbwegs gut leiten kann, bin ich viel weniger anfällig für Eifersucht, als wenn ich gerade mit mir selber überhaupt nicht zufrieden bin. Und dann natürlich anfangen, kritischer, unfreundlicher, auch unrealistischer zu vergleichen und quasi jeder, jede besser, toller, schönerer, schlauerer, schlanker, reicher, intelligenter, lustiger, was auch immer ist, als ich. Das stimmt. Das kenne ich. Ne? Also von daher hängt es natürlich auch sehr mit dem eigenen Selbstbild zusammen. So, leg los. Du grinst so und das hatten wir vorher, bevor die Mikros an waren, schon ganz kurz. Das wäre jetzt eine gute Stelle, wo du ausbreiten könntest, wie euer Gespräch über Eifersucht verlief, als du von deinen Erfahrungen berichtet hast. Na, ich habe es ja schon gesagt, das Gespräch lief eher einseitig, stelle ich jetzt auch nochmal fest und ich habe halt erzählt von meinen Beziehungen vorher und halt auch jetzt, also wir haben schon auch, weil das war ganz witzig, weil ich habe, als es ums Thema Eifersucht ging, ja prinzipiell gedacht, da bin ich durch mit. Eifersüchtig bin ich nicht mehr. Das war ich in früheren Beziehungen, aber jetzt in der Beziehung bin ich nicht eifersüchtig, war ich auch noch nicht in der Beziehung. Wie lange seid ihr zusammen jetzt? Neun Jahre. Und witzigerweise habe ich mich dann selber erwischt. Das ist gar nicht stimmt. Das ist gar nicht so stimmt. Jetzt aktuell in den letzten Jahren war ich nicht eifersüchtig, aber ganz am Anfang unserer Beziehung gab es schon eine Person. Und da habe ich jetzt auch festgestellt, da hatte ich sehr viele Gemeinsamkeiten mit der Caro, weil das ist bei mir immer eine Person. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie zehn Frauen gibt, auf die ich dann eifersüchtig bin, sondern es ist genau eine Person. Also du bist nicht auf alle anderen Frauen eifersüchtig? Ne, also es liegt nicht an dem weiblichen Geschlecht im Allgemeinen, sondern es ist dann genau eine definierte Person. Da muss ich noch ganz kurz dazwischen schieben, falls ihr das Gespräch mit der Carolin nicht gehört habt. Die hat eben gesagt, sie war gar nicht auf andere Frauen eifersüchtig, das ließ sich nicht übertragen, es war immer diese eine Frau. Ja, genau. Also das war in meinen vorherigen Beziehungen auch so und jetzt sind der, also war das damals auch so, es war nicht so, dass da nicht noch fünf Frauen quasi drumherum gesessen hätten. Aber es ging genau um diese eine spezielle Person. Und wie hast du die ausgewählt? Ich habe sie nicht auserwählt, sondern es war einfach so. Ja, genau. Was hat die eine ausgemacht? Warum die? Weißt du das? Also in dem Moment kann ich es nicht greifen, als wir gestern drüber geredet haben, ist mir so ein bisschen bewusst geworden, dass es lustigerweise jedes Mal Frauen waren, die mir am Ende eher ähnlich sogar waren. Also wenn ich sie jetzt mal so ganz nüchtern, also nicht durch die rote Eifersuchtsbrille, ich finde diesen Begriff übrigens sehr witzig, wenn ich sie jetzt nicht durch die Eifersuchtsbrille angucke, dann waren das jedes Mal Frauen, die mir auch körperlich, also vom körperlichen Aussehen her und häufig auch so vom Intellekt und allem, also so von dem her, wie sie einfach sind, doch irgendwie witzigerweise ähnlich waren. Gar nicht so das krasse Gegenteil. Nee, also jetzt nicht die, wer mich jetzt kennt, weiß, dass das das krasse Gegenteil ist, also jetzt nicht die langbeinige, schlanke, blonde, vollbusige, weiß ich nicht, Frau oder irgendwie so die absolute Oberchecker, hochintelligente, weiß ich nicht. Alter, hochintelligent ist doch nicht das Gegenteil von dir. Also bitte. Na schon, also ich bin jetzt schon intelligent, aber jetzt, also du weißt schon, was ich meine. Darüber reden wir später. Gut, okay. Also es ist, wie gesagt, jetzt nicht so, dass das dann jeweils die absoluten Gegenteile von mir waren, sondern sie waren mir, also wenn ich das jetzt, also das ist wirklich rückblickend betrachtet, in dem Moment waren sie natürlich das absolute Gegenteil von mir. Aber jetzt rückblickend stelle ich fest, dass sie mir sehr ähnlich waren, was ich irgendwie spannend finde. Und mit der Definition im Hinterkopf nochmal, hast du eine Idee, also wo war die Verlustangst? Angst, was zu verlieren? Die Aufmerksamkeit, die Zuneigung, die komplette Beziehung? Die Beziehung. Bei mir war das immer alles oder nichts. Also du hast jetzt nicht Angst vor einem Seitensprung oder so, sondern… Naja, ja, das muss man jetzt dazu sagen, also ein Seitensprung ist für mich halt häufig auch dann, also ich weiß, ich habe das noch nie erlebt, aber ich wüsste jetzt nicht, ob ich einen Seitensprung verzeihen könnte. Das heißt, ein Seitensprung ist jetzt in meiner derzeitigen, aktuellen Situation auch immer das Ende einer Beziehung. Okay, verstehe. Also ohne das jetzt in den Stein zu meiseln. Also es geht immer um das, um die, um den Verlust der Beziehung. Oder ja, auch des Partners. Ja, ja. Alles oder nichts. Okay, genau. Hopp oder top. Hast du eine Idee oder was ist dein Erklärungsmodell, warum jemand, der dir ähnlich ist? Ja, also das ist jetzt hier Freestyle, weil da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber ich glaube, weil natürlich, wenn ich das jetzt mal so betrachte, dann hat sich mein Freund ja in mich verliebt aus bestimmten Gründen, weil ich halt so bin, wie ich bin. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er sich dann in jemanden verliebt, die so ähnlich ist wie ich, ist in meinem Kopf ja dann viel logischer. Ja, kann ich nachvollziehen. Was unlogisch ist, darauf bezogen, was in meinem Kopf währenddessen passiert, aber jetzt von außen betrachtet… Meta-Ebene. Genau. Es ist, glaube ich, könnte es das sein. Ja, spannend. Nächste Frage, die mich juckt. Kannst du das sofort benennen, dass das jetzt Eifersucht ist? Also erkennst du Eifersucht als Eifersucht in dem Moment? Ja. Schon. Ja. Ich habe sehr viel Übung. Ich war extrem eifersüchtig, man muss das einfach so sagen. Aber in der vorherigen Beziehung? In der vorherigen. Und wie bist du damit umgegangen oder wie hat sich das gezeigt? Oh, oh, sie fasst sich an den Kopf. Total professionell natürlich. Willkommen im Club. Ich bin abgegangen wie ein Schnitzel. Um es ganz ehrlich zu sagen, war ich ein ganz schönes Arschloch. Uh, bitte Details. Alle dreckigen Details. Na, ich werde da einfach echt assi. Die Caro, ich habe das echt ein bisschen bewundert, also weil die ja gesagt hat, sie hat das ganz lange mit sich ausgemacht, war da ganz ruhig und hat nichts zu ihrem Freund, Schrägstrich Mann gesagt. Also schwere Bewunderung, weil mich zerreißt sie einfach direkt. Ich werde halt echt assi, weil ich dann halt, ich fange halt an, also ich wäre assi zu mir selber. Das ist der eine Punkt, weil ich mich super krass vergleiche und immer schlechter abschneide als die andere. Also ich bin immer schlechter als die andere. Ich bin dümmer, ich bin dicker, ich bin kleiner, ich bin weiß ich nicht was. Also alles immer ins Gegenteil. Was jetzt auch nicht nett ist mir gegenüber. Nicht so. Und ich kann auch dann null mehr sehen, was ich Tolles habe. Also das ist komplett weg. Das kann ich null dann mir herholen oder, also das ist, als ob es das nicht gibt. Und meine Reaktion darauf ist nämlich nicht, das mit mir selber mit in Ruhe auszumachen, sondern meine Reaktion ist halt, richtig fies zu werden gegen meinen Partner dann. Dann bleibt er bestimmt gerne bei dir. Ja, was so ein bisschen shit so ist, das ist mir schon auch, also das ist witzigerweise mir in dem Moment auch manchmal sogar bewusst, dass das jetzt eigentlich quasi genau das Gegenteil von dem bewirkt, was ich ja haben will, nämlich, dass er bleibt. Aber ich kann das dann, also das ist wie als ob so eine Macht über mich kommt. Und dann kriege ich das nicht kontrolliert. Und dann werde ich richtig fies. Also ich bin dann halt, ich mache dann Vorwürfe, Unterstellungen, wenn die sich dann gesehen haben, dann ja, alles. Heute auch noch, nee. Du hast ja bis gestern behauptet, du bist nicht eifersüchtig. Genau, bis gestern habe ich behauptet, ich bin nicht eifersüchtig. Du bist ja durch. Jetzt ist es eher so, dass ich merke, naja, da ist mehr mein eigenes Kopfkino, also dass ich mich vergleiche. Also das ist eher so dieses fiese mir selbst gegenüber. Und dass ich halt dann schon sehr aufmerksam gucke, was da jetzt passiert und wie überhaupt. Und manchmal bin ich dann schon auch so ein bisschen unfair. Also dass ich irgendwie, ähm, ja, irgendwas an Streitigkeiten heraufbeschwöre, wo ich genau weiß, das hätte jetzt auch nicht sein müssen. Ja, weil dann ist halt die Aufmerksamkeit auch wieder bei dir, ne? Funktioniert ja. Aber es ist halt auch ein bisschen shit so, weil damit macht man sich jetzt nicht beliebter. Das ist nicht die erwünschte Aufmerksamkeit, aber die Aufmerksamkeit ist dann wieder bei dir. Du hast den Fokus wieder umgelenkt. Ja, genau. Prinzipiell Ziel erst mal erreicht. Naja, und prinzipiell ist es ja, also was da in meinem Kopf halt auch losgeht, ist halt, dass ich hab's ja gecheckt. Hä? Ja, weil, also das ist echt so ein bisschen Gaga in meinem Hirn dann, aber ich hau's jetzt einfach raus, weil es ja eh schon wurscht. Ähm, weil es ist ja dann so, ich hab ja quasi schon verstanden, dass mein Freund eigentlich viel lieber mit der anderen zusammen wäre, weil die ist ja viel besser als ich. Mhm. Nur der hat's halt noch nicht gecheckt. Aber, sobald er's checkt, wird er mich verlassen. Genau. Also benehm ich mich halt dann so, wie ich mich benehme, also halt Assi. Und wie du schon festgestellt hast, ist das irgendwie auch nicht so wirklich eigentlich zielführend, weil eigentlich bringe ich ihn ja damit eher weg von mir als zu mir hin. Also man will ja eigentlich nicht mit jemandem zusammen sein, der einem ständig mit irgendwelchen Vorwürfen und Anschuldigungen kommt. Also ist vielleicht am Ende die Konsequenz, dass er mich wirklich verlässt und dann hab ich ja recht gehabt. Ich hab's ja von Anfang an gesagt. Du hast einen Triumph im Blick, der ist ein bisschen irritierend. Und das sag ich jetzt noch dazu, das ist wirklich jetzt früheres Verhalten. Aber ich kann dieser Logik durchaus folgen. In meinem Hirn macht die zu diesem Zeitpunkt oder hat die damals zu diesem Zeitpunkt sehr viel Sinn gemacht. Ja, ja. Und da steckt ja so viel Kontrollverlust dahinter, so viel Ohnmacht auch wieder. Und jedes Mal, wenn wir keine Kontrolle haben und sie aber haben möchten, müssen wir uns ja irgendein Szenario kreieren, wo wir dann eben wieder vorhersehen oder vorhersagen können, was wann wie passieren wird. Und das kann ich ja dann in dem Moment. Genau. Und dann ist das da scheinbar geringere Schmerz, wenn ich vorher genau weiß, wie es abläuft, warum es so abläuft und mich wappnen kann. Genau, weil dann tut es viel weniger weh. Ha, ha, ha. Ja, genau. Stimmt natürlich nicht. Das ist die Idee davon. Ja, genau. Oh Mann. Ihr Lieben, ich verzettel mich heute, weil ich möchte gerne jedes Mal alles sagen dazu, was ich so auf meiner schlauen Vorbereitungsliste habe. Das funktioniert nicht. Das wird so eine Folge sein, wo ich hinterher denke, das hätten wir noch sagen müssen und das noch. Da nochmal in deinem Beispiel jetzt diese Abgrenzung von einer gesunden Eifersucht zu dieser übertriebenen. Den ersten Punkt, den ich mich fragen würde, wenn irgendjemand sagt, oh, jetzt bin ich aber eifersüchtig, ist immer, ist es eine berechtigte Eifersucht oder nicht? Also hast du einen Anlass dazu, weil Eifersucht kann ja durchaus auch berechtigt sein, also auch in einer neunjährigen Beziehung. Wenn jetzt da… Ja, aber wenn du genau in dem Film drin bist, dann ist sie deiner Meinung nach berechtigt, weil jedes Mini-Detail, was er tut, ist ja quasi eine Bestätigung dessen. Ja, da bist du schon viel weiter, als ich meine jetzt. Da bist du ja schon in dem Film. Du hast schon recht. Ein Punkt nach dem anderen. Ich habe zum Beispiel gerade eine Klientin, die hat einen Partner, die sind fest zusammen, gelabelte Beziehung, der war vorher viele, viele Jahre in einer anderen Beziehung und hätte sich eigentlich gerne dazwischen, bevor er sich wieder bindet, ein bisschen ausgetobt. Hat sich aber blöderweise schneller verliebt, als das der Plan war. Jetzt sind die zusammen und der schielt aber mit einem Auge schon immer zu diesem Abenteuer, zu diesen Freiheiten, die ihm jetzt entgehen. Und der, laut ihrer Erzählung, aber er hat ihr das halt erzählt, dass er durchaus Interesse an anderen sexuellen Abenteuern hätte und guckt wohl jetzt ständig anderen Frauen hinterher, auch wenn sie dabei ist. Ich finde, mit diesem Hintergrund ist Eifersucht eine berechtigte Alarmanlage, die ein bisschen überprüfen lässt, wie genau sollte ich denn hingucken. Ja, das ist spannend, weil mich das daran erinnert, dass in dem Fall jetzt, weil du gefragt hast, wie mein Fokus auf diese Frau gefallen ist, weil mir meine Freunde jeweils erzählt haben, dass sie früher mal was, dass sie die früher mal attraktiv, also was heißt attraktiv, sie finden sie wahrscheinlich dann immer noch attraktiv, aber dass sie früher mal sich hätten vorstellen können, dass sie auch mit denen zusammen sein könnten. Ah, okay. Jupp. Das war noch das Puzzleteil dazu. Also du hast ja gefragt vorher, was sagt das über meine Beziehung aus, wenn ich gar nicht eifersüchtig bin. Ich habe das unvollständig beantwortet, weil auf der einen Seite kann das eben sein, dass es einfach eine extrem stabile Bindung ist, wo man auch viel drüber redet, wo du einfach weißt, wenn es einen Punkt gibt, wo ich mir Sorgen machen müsste, werde ich informiert. Oder die andere Möglichkeit ist halt, dass ich mit einem etwas auch sehr ausgeprägten Selbstbewusstsein meiner selbst so sicher bin, dass ich auch meinen Partner oder meine Partnerin als eine Selbstverständlichkeit an meiner Seite sehe. Also ich habe gar keinen Grund, eifersüchtig zu sein, weil der, die hat es ja mit mir eh am besten. Warum sollten die sich denn anderweitig umgucken? Ja, spannend. Weißt du, also das ist einer der Geschenke von eifersucht, dass man durchaus aufmerksam bleibt, weil eifersucht kommt ja nur, wenn ich die Zuneigung von meinem Gegenüber haben möchte oder die Anerkennung. Und in dem Sinn kann es beziehungsfördernd sein, weil vielleicht gebe ich mir dann auch ein bisschen mehr Mühe, wenn ich merke, ich bleibe jetzt mal in der männlichen Variante. Mein Partner ist eben nicht selbstverständlich. Es gibt andere, die Interesse zeigen. Und es wäre schon cool, wenn mein Partner merkt, dass ich ihn nach wie vor toll finde. Ja, das stimmt. Also da ist einfach Sucht wie… Die Situation kenne ich auch. Wie so eine kleine Alarmanlage, die sagt, hey, guck mal hin. Nicht im Sinn von kontrollierend oder ängstlich, sondern von aufmerksam. Passt die Bindung noch so? Ja. Oder sollte ich die ein bisschen mehr pflegen? Ja. Ja, das ist ja das, was die Caro auch erzählt hat. Dass eines der Punkte halt war, dass die andere halt sehr offen und lustig und dürr war und sie das im beruflichen Kontext halt nicht so war. Mhm. Wenn ich mich erinnere an meine frühere Eifersuchtsvariante und ich war da auch monströs. Ich glaube, ich habe das in dem Gespräch mit Caro ja auch schon erzählt. Mein Mann und ich sind ja zusammengekommen, saßen ein halbes Jahr quasi nur aneinander, aufeinander, umeinander rum und waren gar nicht getrennt. Und dann bin ich zum Studieren weg. Mhm. Dann war ich massiv eifersüchtig, was hieß, ich habe absolute Horrorfilme in meinem Kopf geschoben, habe mich dafür sehr geschämt, also wollte ja nicht diese hysterische eifersüchtige Ziege sein, mit dem Ergebnis, ich bin verstummt. Und habe auch entweder noch so kleine schnippische Kommentare abgegeben oder habe mich sehr zurückgezogen und viel gar nicht gesagt. Und das ist ja jetzt eher nicht diese Form von, oh, ich bin ein bisschen eifersüchtig, ich kümmere mich mal um meine Beziehung. Ja. Das heißt, ich habe das gesunde Maß auch fett übersprungen, bin gleich in das Maß gehuscht, wo es definitiv lebensqualität einschränkend war. Und das ist so ein bisschen der schwierige Punkt, deswegen stimme ich dir dazu, dass du gesagt hast, wenn man einmal in dem Film ist, meint man ja immer, man hat recht. Ja, und da rauszukommen ist halt echt schwierig. Voll. Also das ist ja das, was die Caro auch in ihrem Beispiel erzählt hat. Ja, genau. Also wie viel Arbeit das einfach ist, da wieder auf ein normales Level zu kommen. Ja, das ist auch langwierig. Ich möchte nur einfach nicht unter den Tisch fallen lassen, dass es Momente gibt, wo eifersucht durchaus berechtigt ist. Ja, wo du tatsächlich, wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast, die dem Flirt nicht abgeneigt ist und dann vielleicht, weiß ich nicht, andere Grenzen hat als man selbst. Dann ist es ja auch ein berechtigtes Gefühl. Und dann kann man die Eifersucht auch nutzen, um in ein Gespräch zu gehen und eben ganz klar zu kommunizieren, hey, was sind denn hier die Beziehungsregeln oder Grenzen oder wie definierst du Treue, das Beispiel, was wir schon hatten. Um dann dieses Gefühl aufzugreifen und die Gespräche, die dann nützlich wären und anstünden, zu führen. Da können wir gleich den Schwenk machen, so die Ursachen von Eifersucht, weil ich habe gesagt, das ist biologisch Grundausstattung, das gehört dazu. Wird mitgekauft. Wird mitgekauft, mitgeliefert. Entwicklungsbiologisch wird übrigens behauptet, dass Männer mehr schielen auf sexuelle Untreue und Frauen mehr auf emotionale Untreue. Das ist auch ein spannender Unterschied. Weil bei Männern war halt, wenn du das jetzt entwicklungsbiologisch siehst, so diese Gefahr, sie müssen ein Kuckuckskind durchbringen. Und bei Frauen, wenn sich jetzt der Mann emotional bindet, besteht quasi die Gefahr, den Versorger zu verlieren. Ist jetzt sehr klassische Rollenverteilung, ich bin damit nicht ganz so einverstanden, aber okay, jetzt haben wir es mal erwähnt. Und heute wird halt viel mehr auf die psychologischen Hintergründe geguckt. Und da ist eben das, was wir schon hatten, das geringe Selbstwertgefühl. Das sollten wir gleich nochmal ein bisschen aus Ufern da betrachten. Dann das, was die Carolin auch erzählt hat, eine hohe Abhängigkeit vom Partner. Also wenn du sehr fixiert bist auf Partner oder Partnerin und deine Eigenständigkeit gar nicht mehr im Blick hast. Das habe ich mich gefragt aus dem Gespräch heraus, weil es ja so Beziehungen gibt oder ich kenne das auch aus Freundinnen, also von Freundinnen, wenn die in einer Beziehung sind, sind die quasi weg. Also so die, die erlebst du quasi nur noch am Rande, weil die nur noch in ihrer Beziehung sind. Was ja häufig bei den meisten Beziehungen am Anfang total normal ist. Also so. Aber langfristig gesehen. Aber langfristig dachte ich mir dann so, wenn das so einen Fokus hat, ob man sich damit halt auch quasi, ob das fördernd ist, also ob das, nee, nicht fördernd, sondern ob das mehr Eifersucht bedingt. Definitiv. Wenn du deine Ich-Individualität nicht mehr auslebst, sondern dich mehr definierst als ein Wir oder als Teil dieses Wirs, dann ist halt das Wir natürlich massiv bedroht, wenn da andere Personen ins Spiel kommen. Also dann wird ja deine Identität, deine Identifikation voll bedroht. Wenn du weißt, ich bin ich und diese Beziehung ist schön, aber ich lebe auch ohne diese Beziehung weiter, hat es nicht so eine existenzielle Bedrohung, wenn da noch andere ins Spiel kommen. Und deswegen spielen halt natürlich auch die Vorerfahrungen wieder eine Rolle. Also das ist der nächste Punkt auf der Liste der Ursachen, wenn du schon Verlusterfahrungen gemacht hast. Ah, in der Kindheit quasi. Na, zum Teil in der Kindheit. Klassisches Beispiel, wenn du das große Geschwisterkind bist und auf einmal entthront wirst, weil ein, weil halt ein neues Baby dazukommt und du auf einmal die Aufmerksamkeit, die Liebe, die Zeit auch, die du bisher alleine hattest, teilen musst. Dann kann das schon Knick in der Bindungserfahrung sein. Aber natürlich auch, wenn deine Eltern die Untreue vorgelebt haben, wenn einer der Elternteile untreu war und der andere darunter gelitten hat. Oder wenn wir von der Kindheit weggehen, wenn du in deiner ersten Beziehung betrogen worden bist oder so. Und nicht nur in der ersten, das kann auch später sein. Ja, wenn du das an sich mal erlebt hast. Ja, genau. So eine Verlusterfahrung ist ja altersunabhängig. Du kannst auch dein Leben lang sehr, sehr wenig eifersüchtig gewesen sein und dann bist du einmal so richtig schön beschissen werden nach Lehrbuch. Und dann wirst du dich nicht mehr mit derselben Leichtigkeit in die nächste Beziehung stürzen können. Klar. Ja. Dass man dann auch schon genau prüfen sollte, warum lasse ich mich jetzt da wieder drauf ein? Wie berechtigt ist das? Und der Partner, die Partnerin, die schon mal betrogen hat, muss halt dann auch damit leben, dass dieses Vertrauen langwierig wieder aufgebaut wird. Und dass man dann eine gewisse Eifersucht natürlich in Kauf nehmen muss. Gebranntes Kind und so. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Führt nicht zum gewünschten Ergebnis, dauert aber da wieder drüber wegzukommen, neues Vertrauen zu fassen, was dann nicht nur ein Entschluss ist, sondern auch mit entsprechendem Gefühl begleitet wird. Wir haben gar nicht gesagt, wie sich Eifersucht zeigen kann, weil das habe ich irgendwie vorausgesetzt, dass das klar ist. Ja, wobei das, glaube ich, nicht so klar ist, weil bis zu diesem Gespräch, dass du jetzt, also diesem Mutmachgespräch mit der Carolin, war für mich meine Form der Eifersucht das, was ich kannte und wie das für mich auch, also wie ich dachte, dass Eifersucht ist. Du hast gesagt, du bist … Ich wäre da sofort grillig. Ist auch ein schönes Wort. Bist du so weit gegangen, dass du kontrollierst, hinterher spionierst, Nachrichten liest und so? Echt? Also nicht in meiner jetzigen Beziehung, das möchte ich hier gleich betonen. Ja, 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 das weiß ich. Aber in meiner vorherigen Beziehung, ja. Ich habe Nachrichten kontrolliert. Eiskalt. Oh, das wusste ich noch gar nicht. Hach, wir haben heute noch so viel zu besprechen. Ja, weil ich da einfach, ich bin da wie ferngesteuert, natürlich entscheide ich das immer noch, aber ich hatte so eine Angst, dass das alles ausgehebelt hat. Und gab es da einen Anlass? Also wieder in Anführung, einen Berechtigten? Ich glaube, zu dem Zeitpunkt damals, als ich so eifersüchtig war, nicht. Mhm. Ich glaube, dass es später einen gab, ja. Den habe ich nicht mitgekriegt. Das ist jetzt nur so rückblickend. Ja. Aber deswegen hast du es quasi auf die Selbstwertgeschichte bezogen. Bis gestern ausschließlich. Ja, das spielt eben eine große, große Rolle. Aber ich finde nicht nur. Ich habe das in einigen Artikeln gelesen, so dass eifersucht immer ein Selbstwertding ist. Finde ich nicht, dass es das eine Ursache sein muss. Du kannst auch sehr mit dir im Reinen sein, gar nicht auf die Idee kommen, dass du bedrogen wirst, weil ich bin ja eine coole Socke und so. Und dann wirst du aber doch aus dem Nichts bedrogen oder verlassen oder, wenn wir jetzt mal von partnerschaftlichen Beziehungen weggehen, eine Freundschaft wird beendet oder die Eltern beschäftigen sich jetzt viel mehr mit deinen Geschwistern oder so. Ja. Dann hat das eine Folge auf das eigene Selbstwertgefühl. Aber es war dann in dem Fall nicht die Ursache. So wie du es beschrieben hast, das ist natürlich ein Klassiker, aber eben nicht ausschließlich, dass man gerade ein Problem hat mit sich selber, sich ein bisschen doof findet und dann anfängt einfach fies zu vergleichen. Fies im Sinn von, na fies sich selbst gegenüber vor allen Dingen, abwertend sich selbst gegenüber, naja und halt auch, dass deine Gedanken noch kaum noch was mit der Realität zu tun haben. Ja. Weil selbst die, die dann in deinen Augen größer, schlanker, blonder, langbeiniger ist, also du blendest ja alles aus, was an der vielleicht nicht so dem Optimum entspricht. Voll, voll. Also das kann ich jetzt rückblickend sagen, gell. In dem Moment kriege ich das nicht oder habe ich das damals nicht auf die Reihe gekriegt. Aber natürlich, ich mache aus, ich stelle quasi die andere auf ein Podest und mich selbst stelle ich halt ganz weit drunter. Mhm. Das ist, wie die Carolin so schön erzählt hat, ja auch ein Ansatz, wenn ihr jetzt selber für euren Geschmack zu einfersüchtig seid, wo ihr euch hinsetzen könnt und anfangt zu üben, wieder die eigenen Stärke zu sehen, die eigenen Vorzüge, das, was ihr an euch gut mögt und dann in einem realistischen Maß zu vergleichen. Wir können nicht nicht vergleichen. Ja, ja. Und man vergleicht halt. Nur in einem realistischen Maß, also das wieder einzuordnen und das auch gerne mit Hilfe von anderen. Ja, genau. Wenn man mit dem eigenen Kopf gerade nicht gerade rücken kann, dann bitte, und wenn es die besten Freunde sind, die dann bitte nicht mit lästern sollen, sondern das in ein realistisches Maß rücken, das einfach jeder Seiten in alle Richtungen hat. Und jeder hat seine Special Effects, die vielleicht schwierig sind. Was mir gerade noch einfällt, so zurückgeguckt auf diese anderen Beziehungen. Ein Freund von mir hat dann, weil, ich meine, der hat dann schon auch mitgekriegt, dass ich eifersüchtig bin. Also ich habe das ja dann auch sehr klar, also was heißt klar formuliert, aber an meiner, an meinem Verhalten konnte man das gut nachvollziehen. Und der hat dann mal so ein bisschen süffisant lächelnd quasi zu mir gesagt, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leidenschaft. Yay. Genau. Ich habe den Spruch tatsächlich auch aufgeschrieben, weil das so ein Klassiker ist, ja. Wir hatten auch in den Instagram-Beiträgen, ich weiß nicht mehr, wo ich es hingeschrieben habe, sinngemäß, ich hoffe, ich kriege es noch richtig zusammen, sinngemäß hat eine Frau gefragt, ob Eifersucht wirklich eine Sucht ist, so wie es im Wort steht. Und das ist es ganz klar nicht, also es gehört nicht zu den Süchten. Witzigerweise kommt die, die Herkunft des Wortes ganz woanders her. Es ist zusammengesetzt, Althochdeutsch aus Sud und Eibar. Und Sud ist Althochdeutsch einfach das Wort für Krankheit, für Seuche. Und Eibar, das ist so das Bitterte. Also du kannst es übersetzen in eine krankhafte Verbitterung. Es hat nichts mit Sucht zu tun. Eifersucht kann natürlich zu so einem Kontrollzwang führen, ne? Ja, ja, ja. Immer dann, wenn du sagst, wie ferngesteuert in so einer Kontrollsucht dann drin ist. Aber prinzipiell ist Eifersucht keine Sucht. Die mit Eifer sucht, ja, das könnte man durchaus, da kann man mitgehen, weil es eben diese Anerkennung, die Liebe, die Zuneigung so sucht. Und sagt, ich will nicht, dass die an Dritte geht, ich will der Liebling sein, ich will die Nummer eins sein. Ach, witzig, du hast es darauf bezogen, was sie sucht. Weil ich habe das wirklich darauf bezogen, die mit Eifer sucht, also ich suche quasi eifrig nach Unterschieden. Ach, nach Unterschieden und nach Hinweisen für Betrug. Ja, wo ich dann wieder bei dem Selbstwert bin. Ja. Verstehe. Ja. Ist es nicht cool, wenn man es wieder unterschiedlich betrachten kann von allen Seiten? Ja. So oder so wäre es dann sinnvoll, auch wieder das zu suchen, was den Selbstwert stärkt, ne? Und um das aufzugreifen, was die Carolin auch gesagt hat, das hat sie euch ja als Hinweis auch mitgegeben, dass sie angefangen hat, wieder sich selbst als Individuum wahrzunehmen und ihre Gedanken immer wieder zu sich zurückzuholen. Ja, genau. Nicht ständig zu gucken, was macht er, was denkt er, welches Verhalten zeigt er, was fühlt er und so weiter, zu wem fühlt er sich hingezogen, sondern vielmehr, hey, wie geht es mir gerade, was fehlt mir gerade, wie kann ich mir diese Bedürfnisse erfüllen und so. Also das ist sauviel Arbeit am Anfang, diese Gedanken immer wieder umzulenken, aber die eigene Selbstständigkeit, Eigenständigkeit wieder wahrzunehmen, ist was, was definitiv langfristig hilft. Ja. Naja, und halt drüber reden, ne? Erstmal zuzugeben, dass man gerade eifersüchtig ist, macht ja den meisten jetzt eher weniger Spaß. Ich wollte gerade sagen, das ist halt schon auch sehr schambehaftet. Voll. Also das zuzugeben, finde ich schon, vor allem wenn es dann in diesem krassen Ausmaß schon ist, das ist schon auch eine Nummer. Ja, wobei man es bei dem Ausmaß eh kaum noch verhindern kann, dass es auffliegt. Ja, ja. Sinnvoller wäre es schon, wenn man so bei einer kleinen Regung merkt, so, oh, finde ich jetzt nicht so cool, wenn du da dir die Blicke holst, die ich haben will. Weißt du, was ich da total peinlich berührt festgestellt habe? Ich muss so lachen. Ich habe wenig Gelegenheit, auf andere Frauen eifersüchtig zu sein. Ich glaube, wir sind einfach zu eingeschränkt in unserem Sozialleben gerade, also wir kennen beide unser Umfeld. Ich bin eifersüchtig auf den Hund. Weil weißt du, mit welch liebevoller Zärtlichkeit dieser Hund begrüßt wird. Guten Morgen, mein Schatz. Ja, Alter, und ich. Hast du das mal kommuniziert? Nee, weil ich begrüße meinen Mann jetzt auch selten mit dieser unendlich Begeisterung, wie es der Hund tut. Vielleicht musst du auch schwanzwedelnd ihm entgegenkommen. Ich wusste, dass du dieses Bild im Kopf hast. Vielleicht sollte ich das mal machen. Heute Mittag mache ich das. Ich komme, wedle mit allem, was mir zur Verfügung steht, hüpfe ihn an, leck ihm übers Gesicht. Und wenn er mich dann irritiert anguckt, sage ich, ich wollte auch mal so liebevoll begrüßt werden. Das müssen wir unbedingt rausschneiden, aber es ist mega. Wieso müssen wir das rausschneiden? Warte mal, die Kindin kommt. Merkst du? Kindin! Und? Wie lief's? Wie war's? So, ihr Lieben, ich weiß nicht mehr, wo wir gerade waren. Meine Tochter ist gerade reingekommen, die hatte heute die letzte Abschlussprüfung. Ich habe jetzt tatsächlich ein Kind, was mit der Schule fertig ist. Ist das nicht abgefahren? Abgefahren. Es lief gut, wir sind in Feierlaune. Ich glaube, wir waren an der Stelle, wo du gesagt hast, ich muss rausschneiden. Aber warum? Ja, ich weiß nicht. Dass zu viele Details sind. Möglicherweise. Ich halte mir das mal auf. Halten wir fest, man kann auch auf Tiere übersüchtig sein. Oder, jetzt mal ohne Witz, tatsächlich auch auf Handy und Computer und so, auf Hobbys. Wenn das Gegenüber viel mehr Zeit verbringt. Oder die Aufmerksamkeit etwas oder jemand anderem schenkt, die ich doch haben will. Auch spannend, oder? Oder welche intimen Details teilt oder so, ne? Mit wem und so. Genau. Wo man dann eifersüchtig ist, auch auf Intimität zum Beispiel. Ich jetzt auf eine Konstellation schiele, wo ich sage, boah, die teilen was miteinander, was ich auch gerne mit der Person teilen würde. Ich fühle mich aber ausgeschlossen. Auch eine Form von Eifersucht. Stimmt. Oder auf Kollegen oder auf Ex-PartnerInnen. Oh ja. Die haben Erlebnisse miteinander geteilt, die wir jetzt nicht miteinander teilen können. Ja. Also auch so, ich will das haben. Ich will diese gemeinsamen Erinnerungen auch teilen, weil das eine gewisse Verbindung herstellt. Oder Eifersucht auf Stiefkinder zum Beispiel. Ich habe eine Konstellation mal gehabt, da war die Frau bei mir. Die Frau ist zusammengekommen mit einem Mann, der eine Tochter hatte. Sie selber hat keine Kinder. Und ja, dann kam halt die Tochter und Mama zum Papa ins Bett zum Kuscheln. Die sagt, ja, die kriegt immer Kuschelzeit. Ich will jetzt mal mit ihm alleine kuscheln. Immer ist das Kind dabei. Also so nahe Versucht auf das Kind dann. Oder auch gar nicht so selten. Ein Paar führt jahrelang eine Zweierbeziehung. Aus dem Paar werden Eltern. Die Mama hat dann diese… Da habe ich auch gerade dran gedacht. Ja, ja. Diese innige Stillverbindung mit dem Baby und der Papa ist ausgeschlossen. Ja. Und wird auf einmal eifersüchtig auf ein Baby, was ja eigentlich völlig bescheuert ist. Ja, aber nachvollziehbar. Genau. Und gleichzeitig total nachvollziehbar. Und da hilft auch wieder nur reden. Nicht sagen, immer verbringst du Zeit mit dem Kind. Das macht natürlich keiner. Sondern, hey, ich vermisse gerade diese Bindung, die wir hatten. Und ich merke, ich muss jetzt die Nähe mit dir teilen. Also muss ich teilen. Und das fällt mir gar nicht so leicht. Würde es wieder einfacher machen. Muss man halt erst mal drauf kommen, wo das Problem ist. Ja, genau. Also das ist ja immer der Punkt. Und dann der Klassiker, was eben ihr auch schon geschrieben habt. Die Eifersucht unter Geschwistern. Und spannenderweise kam wirklich mehrfach auch, auch im Erwachsenenalter. Nicht nur so dieser Klassiker, so je jünger die Kinder, umso mehr ist es noch nachvollziehbar, weil man so wenig erklären kann. Ja, weil ein ganz kleines Kind sieht dann, hey, die Mama teilt jetzt die Zeit, die Zuneigung mit dem Baby, versteht ja aber noch nicht, dass halt ein Baby viel mehr Umsorgen braucht, als jetzt ein 2-, 3-Jähriges. Dem kann man vorbeugen, im Übrigen, indem man die Kinder von Anfang an sehr mit einbezieht, viel erklärt, die mitmachen lässt und immer eine Verbindung zwischen den Kindern schafft oder stärkt. Ausschließen kann man es trotzdem nicht, aber man kann da durchaus einen Umgang mit finden. Spannender fand ich aber diese Idee, dass auch im Erwachsenenalter noch so eine Eifersucht Da habe ich jetzt schon so ein bisschen drauf rumgedacht, ja. Unter Geschwistern. Zu welchem Ergebnis bist du denn gekommen beim drauf rumdenken? Kennst du das aus eurer Geschwisterbeziehung? Jein, weil ich, also wir hatten eine Zeit, wo das, wo es schwierig war bei uns in der Familie, aber da würde ich es weniger als Eifersucht bezeichnen, weil es auch gar nicht so viel um so Emotionales ging, sondern eher so um Materielles und da war es, glaube ich, eher Neid. Also halt so. Deswegen, nee, nicht, dass ich mich wirklich aktiv erinnern kann. Mhm. Obwohl ich ja die Größere bin. Also die Ältere. Was habt ihr für einen Abstand? Vier Jahre. Vier Jahre? Ja. Also schon relativ weit. Mhm. Also ich glaube schon etwas, wo das Thema sein könnte. Ich habe ehrlich gesagt mit meinen Eltern noch nie drüber geredet. Ob das bei mir als Kind so war, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Und so Astini-Zeiten und so, keine Ahnung, im Erwachsenen. Ich glaube, weil wir einfach so, wir sind sehr unterschiedlich auch von unseren Hobbys und allem her. Und da hatte jede so, so ihrs irgendwie. Also meine Eltern, meine Schwester ist halt viel mit meinen Eltern zum Skifahren gefahren. Da war ich null dabei, weil das überhaupt nicht meins ist. Und dann waren halt meine, also meine Eltern waren halt dann bei mir quasi beim Pferd mit dabei. Also so, ich glaube, dass das dadurch so ein bisschen nicht so aufkam. Das heißt, ihr hattet jeder eure ungeteilte Aufmerksamkeit. Ja, genau. Ja. Weil darum geht es vermutlich bei euren Fragen, dass ihr herausfinden müsstet, die Eifersucht begründet sich auf was? Also was fehlt wieder? Ist es die Aufmerksamkeit der Eltern, die Zuneigung? Fühlt ihr euch weniger geliebt als eure Geschwister? Braucht ihr mehr exklusive Zeit miteinander, mehr Interesse? Also auf was bezieht sich es? Weil in der Regel bezieht sich es nicht auf die Geschwister, sondern es geht um das, welches Bedürfnis den Eltern gegenüber nicht erfüllt ist. Also es ist fast so ein Buhlen um die Bestätigung der Eltern. Und wenn dann so Sachen sind wie, ja, immer kriegt ihr Schwestern, Bruder mehr ab und da kümmert ihr euch mehr und da fragt ihr mehr nach und da fahrt ihr häufiger hin. Oder was ihr in der Praxis immer wieder mal habt, um deren Kinder kümmert ihr euch viel mehr als um meine. Dann ist das ja im Prinzip eine Übersetzung für, ihr habt die oder den mehr lieb als mich. Und das ist ein sehr kindliches Gefühl. Also ich habe da gestern mit meinem Mann drüber geredet und jetzt so von außen betrachtet, gäbe es da eventuell sogar die, also jetzt, wenn ich das mal so von außen angucke, könnte man schon meinen, dem seine Schwester kommt ein bisschen mehr zugute als ihm. Aber er hat es überhaupt gar nicht. Also ich habe ihn gefragt. Spannend auch, ne? Null Neid auch. Null. Ich habe da mit meiner Schwester auch drüber nachgedacht. Wir sind zweieinhalb Jahre auseinander und hätten relativ viel Anlass gehabt. Dass sie als Kind viel krank war und ich dann quasi ausgelagert bei den Omas war. Das heißt, sie hatte die ungeteilte Aufmerksamkeit der Eltern, aber Krankheit. Ich war ausgelagert, hatte aber die coolen Erlebnisse, weil wir dann Sachen unternommen haben. Ich kann mich da aber auch null dran erinnern, dass wir dann irgendeiner Form mal Eifersucht hatten, weil es halt auch ringsherum immer so schwierig war, dass wir, in der Böse formuliert konnten wir uns das nicht leisten, gegeneinander zu sein. Wir haben uns als Miteinander gebraucht. Und den einzigen Punkt, wo ich finde, also finden im Sinn von, ich habe gesucht und gefunden, dass da eine Eifersucht auf sie war, war halt in meiner miesesten Selbstwertphase. Und ich sie angeguckt habe und gedacht habe, du bist schöner, schlauer, sportlicher, erfolgreicher, verstehst mehr von Technik, kannst besser Autofahren, also du bist einfach in allem besser und die Coole und so. Und das ist ganz spannend, weil in dem Punkt trennt ja Eifersucht. Das führt nicht zu Verbindung, das führt nicht zu mehr Nähe, sondern uns ist für beide Seiten scheiße. Ja, ja, genau. Da hat auch die bewunderte Person nichts davon, weil es immer mehr Distanz schafft. Und das ist jetzt wohl stopp. Ja, weil es auch so ein Vorwurf, also ich finde, es enthält auch so einen Vorwurf und die andere kann ja nichts davon, also sie ist halt, wie sie ist. Ja, genau. Und das ist ein guter Punkt, wenn es um diese Geschwister-Eifersucht oder Geschwister-Rivalität geht. Irgendwie macht man dem Geschwister-Teil einen Vorwurf, so du kriegst jetzt mehr von den Eltern zum Beispiel, auch materiell. Aber es geht ja überhaupt nicht um die Geschwister. Es geht ja um die Eltern und was einem von denen fehlt. Und mit seinen Geschwistern erwachsen zu werden, bedeutet halt auch, die Rollen, die man als Kind hatte, zu hinterfragen. Und die Zuschreibungen, die die Eltern so auf die Kinder gelegt haben, ein Stück weit loszulassen und sich als erwachsene Menschen nochmal neu kennenzulernen. Was halt häufig auch schwierig ist, glaube ich, weil, also ich erlebe das jedenfalls zum Teil so, jetzt nicht in meiner eigenen Familie, dass diese Rollen, die die Eltern dir geben, einfach bleiben. Also dass die dir von den Eltern quasi auch immer wieder übergestülpt werden. Ja, du warst ja schon immer der Langsame. Du warst ja schon immer der, der Unterstützung gebraucht hat. Oder sie war schon immer diejenige, die, ja, die halt nicht so richtig alleine mit dem Leben klargekommen ist und wo wir halt immer wieder unterstützen müssen. Und wo das dann auch so bleibt. Also wo du, wo du dann siehst, okay, da ist immer wieder, sind die Eltern im Hintergrund und unterstützen und unterstützen. Ich lache ein bisschen, weil ist ja wieder für beide Seiten scheiße, ne? Ja, ja, genau. Mir geht es dann nur darum, wenn die Eifersucht auf die Geschwister da ist, genau an dem Punkt eben zu erkennen, okay, eigentlich habe ich was mit meinen Eltern zu klären. Und dann aber das auf die Geschwisterbeziehung zu übertragen und zu sagen, ja, ich habe jetzt ein Problem mit den Geschwistern, würde ich hinterfragen, ob das tatsächlich so ist. Weil ich meine, wenn sich Geschwister verstehen, das ist ein Geschenk und ein Segen, ist jetzt keine Selbstverständlichkeit. Es sind individuelle Menschen und nur weil man in der gleichen Familie aufwächst, heißt das nicht zwingen, dass man sich gut leiden kann. Also auch da ist vielleicht manchmal ein bisschen arg viel Disney-Erwartung drauf, dass Geschwister so, ich meine, das sind in der Regel die, mit denen du in deinem Leben am längsten zu tun hast. Ja. Das heißt aber nicht, dass da immer diese Verbindung da ist, nur weil du geteilte Erinnerungen hast. Wenn das so ist, ist das total schön, aber das muss man halt pflegen, wie jede andere Bindung oder Beziehung auch. Nur da kommen wir jetzt ein bisschen arg weit weg. Wir wollten ja nur diesen Eifersucht-Teil nochmal aufgreifen. Wie gesagt, also ich kenne da jetzt so aus dem Bekannten-Freundeskreis wenig bis gar keine Geschichten. Ihr Lieben, wenn ihr Bock habt, ich würde mich total freuen, wenn ihr diese Antworten auf die Fragesticker noch ein bisschen ausführlicher mit uns teilt. Also ich werde bestimmt bei Instagram nochmal aufrufen, weil vielleicht haben wir nochmal die Möglichkeit, das in der Frage-Antwort-Folge aufzugreifen. Was ist genau der Punkt, der euch interessiert an Eifersucht in Geschwisterbeziehungen? Was habt ihr erlebt? Worüber stolpert ihr immer wieder? Wo wünscht ihr euch vielleicht auch Tipps? Das ist jetzt so, also da fehlen mir gerade die eigenen Erfahrungen. Ich kann da nicht so gut reingucken. Deswegen habe ich mich jetzt mehr bezogen auf den Beziehungskontext. Und halt, weil Caroline die Vorlage gegeben hat. Vorlage geboten hat. Hast du noch was auf deiner schlauen Liste? Ich prüfe. Nee. Alles abgearbeitet. Na dann lass uns nochmal zusammenfassen. Tipps gegen Eifersucht in Beziehungen. Und zwar egal, ob ihr die eifersüchtige Person seid oder ob euch der Paar zufällt, einen eifersüchtigen Partner, eine eifersüchtige Partnerin zu haben. Ganz wichtig wäre, Beziehungsregeln und Grenzen klar zu benennen und festzulegen, was so der Konsens ist. Weil ich hätte zum Beispiel auch keinen Bock drauf, wenn ich mit meinem Mann irgendwo bin und der quasi allen anderen Frauen nachgeifert. Wenn ich nicht dabei bin, ist mir das ein bisschen wurscht. Also dann muss er das selber verantworten, ob er so gesehen werden möchte. Aber man wird ja nicht blind, anderen nachzugucken. Okay. Nur so mit dem, hallo, ich bin feier auch noch da, ich kriege das mit, wäre ich jetzt auch nicht so begeistert. Ja. Aber das ist sowas, darüber kann man ja reden, da kann man ja Regeln aufstellen. Dann eben Eigenständigkeit und Selbstfürsorge, also sich selber als Individuum wahrnehmen und das auch dem Gegenüber zugestehen. mit allem, was dazugehört. Eigenen Freunden, eigenen Interessen, eigenen Hobbys, eigenen Ansichten, eigenen Macken. Den Selbstwert stärken, indem man sich immer wieder klar macht, hey, ich bin hier kein Trostpreis oder mein Mensch ist mit mir zusammen, weil er sonst keinen abgekriegt hat. So, und der hat, der, die hat sich aus guten Gründen dafür entschieden. Dann, was auch hilft, ist das Wir-Gefühl stärken. Also mal wieder gucken, was verbindet denn? Sich das auch immer mal wieder bewusst zu machen, gerade in langjährigen Beziehungen. Und so ausgelutscht, wie es ist, reden, 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 Kommunikation, um Missverständnissen vorzubeugen und Projektionen auch zu erkennen. Also wann habe ich tatsächlich einen Anlass, weil da gibt es jemanden, der schöne Augen macht oder da gibt es jemanden, der vielleicht ein Maß an Zuneigung und Aufmerksamkeit bekommt, dass ich jetzt zu viel finde. Oder was sind halt reine Projektionen, weil ich zum Beispiel eben in meiner Vergangenheit schon mal betrogen wurde, weil ich nicht an die Zuverlässigkeit von stabilen Beziehungen glaube und so weiter und deswegen halt hinter jedem kleinsten Schnipsel ein Zeichen sehe und eine Bestätigung für mein Recht haben. Das wäre schon cool, das rechtzeitig zu erkennen. Das geht nur mit reden und zwar so früh wie möglich, nicht erst, wenn der Film schon so abläuft, dass man schwer reinkommt. Dann, ihr Lieben, ist es wieder der Zeitpunkt, wo man sich Hilfe suchen muss. Also wenn ihr einmal auf dem Level seid, wo ihr merkt oder auch euer Gegenüber, ne, man liest die Nachrichten, man kontrolliert, man ruft ständig an und kriegt sofort Panik, wenn der die andere nicht ans Telefon geht. Man deutet jeden Blick als, ich hab's doch gewusst. Und dann wäre es Zeit, sich Hilfe zu suchen. Auf jeden Fall. Ende? Ende. Jetzt gehen wir raus mit dem Kind feiern. Ja. Gut. Ihr Lieben, dann nochmal der Aufruf. Wenn diese Folge erscheint, haben wir eine Woche Zeit zu sammeln, eure Fragen zu sammeln. Dann nehmen wir beiden die Geburtstagsfolge auf. So als kleiner Ausblick, dann kommt tatsächlich nochmal eine Kombi aus Mutmachgespräch und Erklärbär-Folge und dann geht's in die Sommerpause. Also nutzt es gerne und stellt eure Fragen, alles, was euch einfällt. Generelle Fragen zum Podcast, Löcher zu viel, wenn ihr wollt. Also Fragen zu uns, Fragen zu vorherigen Folgen oder Themen, ihr könnt gerne alles raushauen und wir gucken, ob uns was Schlaues dazu einfällt. Gut, gut. Dann habt eine schöne Zeit. Ja. Bis bald. Ciao. 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 Ciao.